Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es mal wieder um den Raspberry Pi und zwar um, ja, wie erstelle ich eine NAS? Die Frage stellt sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, was ist denn überhaupt eine NAS? Eine NAS ist, ja, eigentlich ein Speicher, der im Netzwerk verfügbar ist, also eine Festplatte oder ein USB-Stick, irgendein Datenträger, den ich über das Netzwerk erreichen kann, Dateien ablegen kann, mit anderen Teilen, ja, das Ganze gedöhnen sie. Wir werden das ein bisschen ausführlicher machen, als einfach nur einen einfachen Speicher reinzuhängen, sondern wir werden dann noch ein paar Mechanismen mit reinbringen, aber dazu kommen wir später dazu. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal das Tutorial in mehrere Teile splitten und heute werden wir erstmal uns damit beschäftigen, wie wir den Speicherausfall sicher halten. Denn im Normalfall reicht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel einen USB-Stick ranhänge an den Raspberry Pi und den dann im Netzwerk verfügbar mache. Allerdings, was ist, wenn der USB-Stick irgendwann mal einen Schaden hat oder die externe Festplatte, die ich an den Raspberry Pi über USB anhänge? Was ist dann mit meinen Daten? Die sind dann futsch. Ja, deswegen gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das machen kann. Man kann Backups fahren oder man kann ein sogenanntes RAID bauen. Und wir werden uns mit dem Thema RAID beschäftigen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, werden wir uns gleich angucken. Zuerst für das Tutorial, oder beziehungsweise wenn ihr das umsetzen wollt, braucht ihr einfach einen Raspberry. Am besten ein Modell B, beziehungsweise wenn ihr schon ein B Plus habt, warum nicht gleich ein B Plus, weil ihr benötigt mehrere USB-Ports. Also, Minimum zwei. Nach oben hin offen, je nachdem wie viele ihr wollt. Aber zwei wären geschickt. Ihr könnt natürlich auch über einen USB-Hub arbeiten, das ist kein Problem. Das wäre sogar zu empfehlen, wenn ihr mit externen Festplatten arbeitet, da ist das sogar extrem wichtig. Denn die meisten von euch werden dann wahrscheinlich externe Festplatten haben, die kein Netzteil besitzen. Das heißt, die werden über USB mit Strom versorgt. Und das kann sehr kritisch für den Raspberry Pi werden. Denn wenn der nicht genügend Strom hat, um die zu bepowern, dann geht der halt einfach mal aus. Und das wäre somit bei jedem Reboot. Das ist also nicht empfehlenswert. Aber da gibt es Abhilfe, indem ihr einfach einen USB-Hub nehmt, der ein externes Netzteil besitzt. Also, der selber noch Strom einspeisen kann. Das wäre zu empfehlen, wenn ihr externe Festplatten verwendet. Bei USB-Sticks braucht ihr eigentlich nichts. Das funktioniert sofort so. Wenn ihr jetzt nicht gerade 50 Stück reinhängen wollt, was eh keinen Sinn macht bei einem Raspberry. Aber für USB-Sticks braucht ihr keinen USB-Hub. Da reicht ein B-Pi aus. Da hängt ihr die zwei Sticks rein und fertig. Ansonsten, wie gesagt, über den USB-Hub arbeiten. Nun gut, ich habe hier mal zwei USB-Sticks vorbereitet. Die werde ich heute verwenden. Sind beides 32 Gig-Sticks. Sticks sind nicht gerade groß, aber für das Tutorial reicht das vollkommen aus. Dann habe ich vorhin das Thema RAID angesprochen. Was ist denn jetzt genau ein RAID? Dazu habe ich mal Wikipedia aufgeschlagen. Ein RAID ist eigentlich nichts anderes als ein Verbund von Festplatten. In dem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Festplatten als Verbund zusammenzuschließen. Je nachdem, was man damit erzielen möchte. Zum Beispiel haben wir hier ein RAID 0. Ein RAID 0 ist interessant, wenn ich Geschwindigkeiten mit erzielen möchte. Das heißt, ich möchte relativ schnell Daten lesen können. Ich bin aber bereit, die Ausfallsicherheit von meinen Festplatten zu vernachlässigen. Denn ein RAID 0 verteilt die Festplatten. Also A ist eine Datei und A hat mehrere Teile, wenn man sich das so anguckt. Das heißt, Teil A1 liegt auf der ersten Platte. Teil 2 liegt auf der Platte. Teil 3 auf der ersten wieder. Dann 4 und so weiter. Das heißt, wenn ich eine Datei lese, dann können zwei Festplatten diese Datei gleichzeitig liefern. Beziehungsweise immer weitere Teile. Das geht um einige schneller. Allerdings ist die Gefahr, wenn eine dieser beiden Platten ausfällt, ja, dann sind meine ganzen Daten futsch. Das heißt, da kann die andere noch so gut weiterlaufen. Aber die sind futsch, weil das war aufgesplittet auf beide Festplatten. Somit alles hinüber. Somit nicht gerade empfehlenswert, wenn man das wirklich als reines RAID 0 betreibt. Jeder, der jetzt mit dem Gedanken spielt, die mir in den Daten sind, mir jetzt gerade egal. Ich möchte die Geschwindigkeit einfach haben. Bei einem Raspberry macht das einfach keinen Sinn. Weil ihr wollt ja übers Netzwerk drauf zugreifen. Und der Netzwerkport, also der Ethernetport auf dem Raspberry, der ist einfach zu langsam, als ob ihr da irgendwas rausbringt. Deswegen, ich würde für den Anfang ein RAID 1 empfehlen. Das hat richtig Vorteile. Denn da sind die Daten einfach gespiegelt. Das heißt, wenn eine ausfällt, überhaupt kein Problem. Ihr habt noch eine vollständige Sicherung von der ganzen Geschichte. Wie ihr seht, einfach nur gespiegelt. Des Weiteren wäre noch möglich, ein RAID 5 zu erstellen. Ein RAID 5 ist okay, aber vielleicht nicht gerade für den Einsteiger gedacht. Weil ihr braucht viel Hardware, um das zu realisieren. Weil ihr Minimum drei Sticks, beziehungsweise drei Festplatten braucht. Und für den Anfang reicht eigentlich ein RAID 1 aus. Ihr müsst euch nur bewusst sein, ich habe jetzt bei mir zu Hause selber schon ein Nasslaufen. Und die hat jeweils eine Terabyte Festplatte extern. Das heißt, wenn ich jeweils hier eine Terabyte Festplatte habe und hier eine Terabyte Festplatte, wenn ich die spiegele, habe ich natürlich nur ein Terabyte und nicht zwei Terabyte zur Verfügung. Wobei ich dann hier natürlich die vollen zwei Terabyte zur Verfügung habe, da ich ja die ganzen Daten aufsplitte. Aber natürlich habe ich auch Möglichkeiten, so ein Mittelding draus zu machen. Das wäre dann ja das RAID 5. Weil beim RAID 5 muss man sich vorstellen, das funktioniert übrigens auch mit drei Festplatten. Man braucht nicht vier, wie hier abgebildet. Man kann das auch mit drei machen. Und zwar, man stellt sich einfach vor, wir haben sowas wie ein RAID 0. Und dann haben wir noch eine dritte Platte. Und aus das Bit, was hier drin liegt und das Bit, was hier drin liegt, wird über einen Algorithmus, eigentlich nur eine XOR-Verknüpfung, wird ausgerechnet, was die Parität von dem Ganzen ist. Also es wird einfach eine Checksumme draus gebildet. Das heißt, fällt mir eine dieser beiden vorderen Teile weg, habe ich immer noch die Checksumme und kann somit ausrechnen, was müsste das hier sein. Somit habe ich die zwei Platten vollständig im Einsatz und habe noch eine Platte, die die Parität beinhaltet. So funktioniert das bei RAID 5. Nur, dass es nicht auf einer Platte ist, sondern die Parität ist komplett durchverteilt, so wie man das hier riecht, auf alle Platten. Aber das Prinzip ist so. Ist natürlich dann echt interessant, das Ganze. Es gibt noch andere RAID-Modi, auf die gehe ich jetzt mal noch nicht ein, außer vielleicht den RAID 10. Lassen wir mal gucken, ob wir das gerade noch finden. RAID 0 und 1. 0 plus 1, beziehungsweise RAID 10. Ziemlich das Gleiche, doch es gibt den kleinen und feinen Unterschied. Bei RAID 10 oder 1 plus 0, haben wir zwei RAID 1, die durch einen RAID 0 verknüpft sind. Wobei es hier zwei RAID 0, die durch einen RAID 1 verknüpft sind. Lässt sich darüber streiten, was hier am meisten Sinn macht. Ich bin jetzt eher der Fan von RAID 5, wobei es auch einige gibt, die einen RAID 10 oder einen RAID 0, 1, wie auch immer man das nennen möchte, bevorzugen. Gibt auch natürlich genügend Einsatzzwecke, aber gerade hier brauche ich vier Platten. Das habe ich bei 5 nicht. Bei RAID 5 kann ich mit drei Platten arbeiten, was ich jetzt privat eigentlich auch im Einsatz habe. Funktioniert eigentlich recht gut. Okay, soviel zum Thema RAID. Ihr solltet euch überlegen, wie viele USB-Sticks ihr zur Verfügung habt. Minimum braucht ihr zwei. Wichtig ist, die sollten relativ gleich groß sein. Habt ihr zwei verschieden große USB-Sticks, dann habt ihr das Problem, dass der größere nicht genutzt werden kann, also nicht vollständig. Das heißt, habt ihr einen USB-Stick mit 8 GB und einen mit 32, ja, dann habt ihr nur 8 GB, die ihr nutzen könnt im RAID, also für beide Platten. Das heißt, wenn ihr einen RAID 1 macht, dann habt ihr nur 8 GB im Einsatz, obwohl der andere noch ein paar GB mehr draufpacken könnte. Aber leider ist das halt so. Deswegen, das wäre wichtig. Und wie gesagt, verwendet einen aktiven USB-Hub, wenn ihr externe Festplatten verwendet. Also einen mit Netzteil dran. Gut, dann würde ich sagen, schalten wir uns einfach mal auf den Pi selber drauf. Das habe ich bereits hier schon gemacht. Wichtig dabei ist, unbedingt die Paketquellen aktualisieren, also indem ihr einfach sudo aptitude und dann update eintippt. Dann lassen wir das mal kurz machen. Und ich mache kurz einen Cut ein. Moment. So, mein Pi sagt mir, ich habe ein Paket, was aktualisiert werden soll. Das sollte man natürlich dann auch durchführen, indem ihr noch aptitude upgrade eintippt. Das kann auch wieder ganz kurz dauern, je nachdem, wie viele Pakete dran sind. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem jetzt der Pi aktualisiert ist, werden wir folgendes Paket noch brauchen. Und zwar sudo aptitude install mdadm. Das ist das Software-Rate-Tool, ja, ein Programm, mit dem wir unser RAID initialisieren werden. Bei richtigen Servern ist das meistens ein eigener Chip. Hier kurz bestätigen. Ein eigener Chip auf dem Mainboard beziehungsweise zum Teil sogar eigene Einsätze. Bei uns ist das auch nicht möglich, weil der Pi das einfach nicht mitbringt. Deswegen werden wir das softwareseitig realisieren. Hat Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen werden wir gleich kommen, nämlich hier werden wir noch was gefragt. Und zwar geht es einfach darum, wann sollte mdadm gestartet werden. Und zwar geht es hier darum, ich kann natürlich auch mein Betriebssystem vom Pi ja, als RAID auslegen. Und dann muss das natürlich vor dem Betriebssystem selber initialisiert werden, das Ganze. Also wo es meine Wurzelverzeichnung ist. Es wird anders gestartet. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei RAID 1, hier im Hintergrund, dass wenn ich hier ALL eingetragen lasse, dass es bei jedem Neustart, oder nicht bei jedem Neustart, aber bei den meisten Neustarts verschmeißt er mir immer eine Platte, die dann bei einem Neustart erstmal wieder entfernt und neu hinzugefügt werden muss, was echt Schrott ist. Ich habe das dann am Anfang in RAID 1 gehabt, habe gemerkt, da gibt es das Problem, als ich das neu aufgesetzt habe, habe ich hier nichts eingetragen und voila, schon gab es kein Problem. Aber was ich jetzt gemerkt habe, mittlerweile habe ich ein RAID 5 im Einsatz, auch über mdadm. Und da bringt das rein gar nichts. Er verschmeißt mir sogar das komplette RAID. Dazu habe ich dann ein kleines Skript gebastelt, was ich dann kurz ausführe nach einem Neustart und dann baute mir das RAID wieder zusammen, ohne dass die Daten verloren gehen. Es ist am Anfang echt ein bisschen aufregend, wenn man sowas mitkriegt. Man denkt sich ja, man hat sämtliche Daten verloren, will es ja gerade über das RAID verhindern und kriegt es dann nach einem Neustart schon nicht mehr hin. Aber ich kann euch da beruhigen, ich habe da schon genug Erfahrungen mitgemacht, da passiert eigentlich nichts. Deswegen bei RAID 1 habt ihr überhaupt kein Problem. Ich würde euch empfehlen, hier einfach nichts einzutragen oder None, kann man auch reinschreiben, aber nichts reicht ja aus. Und einfach zu bestätigen. Also soviel zu dem Hintergrund. Hier natürlich bestätigen, dass das Ding auch automatisch gestartet wird, weil sonst wird das nach einem Neustart überhaupt nicht angeschmissen. Aber das werden wir noch sehen. So, dann lassen wir das mal so lange arbeiten. So, der Pi hat das jetzt alles installiert und sollte eigentlich keine Fehlermeldung bei euch erscheinen. Gut, weiter geht's. Erstmal, um das Ganze zu verstehen, wir müssen jetzt die USB-Sticks anstecken. Und Linux hat mit Geräten eine andere Philosophie als bei Windows, das der Fall ist. Dazu kommen wir ja gleich zum Sprechen. Erstmal gucken wir mal mit dem Befehl LSBLK, was denn alles so angesteckt ist. Noch habe ich die USB-Sticks nicht angesteckt. Man sieht hier, wir haben hier irgendein komisches Gerät. Das hat eine Partition und noch eine Partition. Dieses komische Gerät ist die SD-Karte, auf dem mein Pi das Betriebssystem hat. Weil, wie ihr wisst, muss der Pi ja von einer SD-Karte starten. Und die wird hier natürlich auch mit angezeigt. Das hier ist dann die Karte. Die wird als MMCBLK0, also als, keine Ahnung, SD-Karte, die erste, also 0 basiert wird hochgezählt. Das heißt, 0 ist die erste Karte. Und die hat eine Partition 1 und eine Partition 2. Was auch der Fall ist, weil wir haben einmal diese Boot-Partition und einmal unser Root-Verzeichnis. Passt alles soweit. Dann stecke ich mal ganz kurz die zwei USB-Sticks an und dann gucken wir uns doch nochmal an, wie das jetzt aussieht. Einen Moment. Einen Moment. So, die zwei USB-Sticks stecken. Ich führe einfach mal den Befehl nochmal aus. Und voilà. Wir sehen hier schon ganz interessante Sachen. Und zwar, einmal SDA ist dazu gekommen und SDB. Ja, das sind einfach USB-Datenträger. Die werden unter Linux halt so dargestellt. Bei externen Festplatten müsste es auch die gleiche Bezeichnung sein. Das heißt, ihr müsst da auch SDA und außer stecken weitere USB-Sticks, dann natürlich, dann zählt der weiter hoch. Aber theoretisch, wenn ihr keine USB-Sticks stecken habt und jetzt diese zwei eingesteckt habt oder die zwei externen Festplatten, werden die jetzt als SDA und SDB angezeigt. Und wie wir hier sehen, haben die bereits Partitionen. Klar, weil ich sie bisher als normale Datenträger verwendet habe. Somit sind die schon formatiert. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Deswegen werden wir die jetzt, ja, neu partitionieren. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr alle Daten, die ihr jetzt da drauf habt, bitte löscht. Nicht jetzt denken, ja, die will ich ja sowieso in dem RAID haben. Nee, die sind dann futsch. Das RAID ist kein normaler Datenträger mehr. Der könnt ihr nachher auch nicht an dem PC stecken und dann mal drauf lesen, was da drin ist. Das geht nicht, denn das ist ein RAID-Datenträger nachher. Deswegen bitte sicherstellen, dass ihr den leer gemacht habt. Ich habe das bereits gemacht und das werden wir jetzt mal neu partitionieren und zwar mit Sudo. Dann rufen wir Parted auf. Das müsste bei euch bereits schon installiert sein. Dann geht es weiter mit, wir sagen, welchen wir partitionieren wollen und das ist in diesem Falle, ja, das ist jetzt wichtig zu wissen, sämtliche Geräte, also nicht nur USB-Datenträger, sondern sämtliche Geräte, die an Pi angeschlossen sind beziehungsweise in einem Linux-System angeschlossen sind, liegen unter DEV für Device. Also DEV steht für Device und dort werden sämtliche Geräte abgelegt. Damit kann ich noch nicht groß was machen, aber das ist einfach der Speicherpfad, falls ihr irgendetwas sucht. Und in dem Fall ist es SDA und wir wollen RM1 durchführen mit einem Leerzeichen natürlich noch und das schickt ihr ab. Jetzt steht FSTab muss aktualisiert werden, brauchen wir nicht, das ist die Einhänge-Funktion von Linux. Wir haben den aber noch nicht eingehängt. Was Einhängen ist, da kommen wir später noch dazu. Das werden wir dann nachher mit unserem RAID noch machen. Und partitionieren müssen wir natürlich jetzt auch noch den zweiten USB-Stick. Machen wir jetzt auch. Fertig. Wenn wir jetzt LSBLK aufrufen, voilà, sind die Partitionen weg. Vorhin hatten wir die gerade noch, jetzt sind sie weg. So. So, jetzt müssen wir natürlich neue Partitionen erstellen, mit denen wir nachher arbeiten können. Und jetzt gibt es zu beachten, ob ihr jetzt externe Festplatten im Einsatz habt, die größer als 2 TB sind oder ob es alles unter 2 TB ist. In meinem Fall habe ich jetzt ja USB-Sticks, die unter 2 TB sind. Also ich bin ja bei 32 GB, somit weit drunter. Und dazu brauche ich einen anderen Befehl, weil sonst kann ich das Dateisystem da nicht wirklich drauf verwenden, beziehungsweise sonst funktioniert das nicht. Und zwar müssen wir folgendermaßen das ganze Ding nochmal partitionieren. Partits. Device SDA. Und zwar MK Label GPT. Das ist natürlich nur, Entschuldigung, das ist der Befehl für die Festplatten, die 2 TB groß sind. Wir brauchen einen anderen Befehl. Den schicke ich jetzt nicht ab, weil den brauche ich nicht. Wir verwenden fast den gleichen Befehl, nämlich wir schreiben nur MS-DOS. Das ist der Befehl für die Festplatten, die unter 2 TB sind. Ich vermute mal, die meisten werden nur diesen Befehl brauchen. Den schicken wir ab. Jetzt bestätigen wir mit Yes. Das müsst ihr unbedingt komplett eintippen, sonst macht er nichts. So, jetzt arbeitet er ganz kurz. Fertig. Das gleiche einfach mal kurz nochmal hochtippen. Abändern auf B, damit das gleiche auch noch auf dem zweiten USB-Stick gemacht wird. Wieder mit Yes bestätigen. Und fertig. Jetzt gucken wir doch gerade mal wieder unter LSBLK. Ne, noch sieht man nichts. Ne, kommt ja noch. Und zwar, jetzt machen wir erst die Partition. Entschuldigung, da war ich wohl zu schnell. Und zwar mit sudo parted dann wieder unser Verzeichnis. SDA und zwar mk part wir machen eine Primary primary eine ext4 das ist das Dateisystem 1 m minus 1 wichtig auf große und kleinschreibung achten das schicken wir ab machen somit die Primary Partition fertig das gleiche dann auch noch für B und LSBLK jetzt sehen wir es jetzt haben wir es auch somit ist jetzt die Partition erstellt damit diese Partition auch als RAID verwendet werden kann müssen wir das ganze noch als RAID setzen dazu sagen wir sudo parted mal wieder dann wieder welches Gerät wir bearbeiten wollen SDA und zwar wollen wir set 1 RAID on hierbei ist wichtig immer 1 eintippen auch wenn ihr nachher ein RAID 5 machen wollt das hat rein gar nichts mit dem RAID zu tun das muss einfach nur hier drin stehen schicken wir ab also es hat nichts mit dem RAID Level zu tun egal was ihr nachher nehmt und hier natürlich auch wieder für beide Sätzen so ist somit auch gemacht und ja jetzt sollte das soweit passen nachdem wir jetzt schon md.adm installiert haben können wir das ganze Ding hier zusammensetzen und zwar mit einem einzigen Befehl und wir sagen jetzt nur noch md.adm wir sagen dass wir ein RAID erstellen wollen also create dann unter def md.0 das wäre das erste RAID was wir zusammenfassen wollen also einfach md.0 verwenden ich vermute mal nicht dass ihr schon ein RAID im Einsatz habt deswegen einfach 0 verwenden jetzt kommt das RAID Level das wir wollen und wir wollen Level 1 mal verwenden weil wir ja nur 2 USB Sticks haben ihr könnt aber natürlich auch hier ein RAID Level 5 eintragen oder das was ihr machen möchtet dann sagen wir wie viele RAID Devices wir verwenden wollen also wie viele Festplatten haben wir weil wir können ein RAID 1 natürlich auch mit 5 Festplatten betreiben die dann halt alle gespiegelt sind dann können 4 Festplatten ausfallen und wir hätten immer noch alle Daten da aber das brauchen wir jetzt nicht in unserem Beispiel und da sagen wir einfach 2 Stück und jetzt zählen wir nur noch die Devices auf die wir brauchen wichtig ist hier bei einem RAID 5 hättet ihr Minimum 3 eintragen müssen damit das überhaupt funktioniert und die müsst ihr natürlich wie auch hier dann hinten anhängen ihr sagt dann SDA 1 Dev SDB 1 das ist wichtig hier die Partition verwenden nicht die Festplatte komplett weil sonst funktioniert das nicht deswegen SDA 1 und SDB 1 und das war es eigentlich schon wir sagen jetzt nur noch fertig ah noch nicht holen wir uns den Befehl nochmal her ich habe vergessen Sudo vorne heranzuschreiben einen Moment Sudo und schon funktioniert das beziehungsweise wir müssen die Yes bestätigen und fertig und wenn ihr jetzt auf euren Pi guckt müsste der theoretisch schon anfangen die Festplatten beziehungsweise die USB-Sticks blinken zu lassen weil die werden jetzt synchronisiert aber das gucken wir uns gleich mal genau an erstmal noch unseren Lieblingsbefehl SL um uns die Festplatten anzugucken weil wenn ihr alles richtig gemacht habt seht ihr jetzt unter SDA SDA 1 da hängt das MD 0 also unser RAID wird auch als RAID 1 gekennzeichnet hier auch unter SDB hängt auch MD 0 um uns das genauer anzeigen lassen zu können haben wir zwei Möglichkeiten und zwar erstmal die bisschen aufwendigere aber die auch mehr Infos ausgibt und zwar direkt über MD ADM da sagen wir wir wollen die Details äh Detail wissen und zwar über das RAID MD 0 schicken wir ab und sollten Sudo da vorpacken und wie man sehen haben wir zwei Geräte hier unten drin hängen die sind beide synchronisiert anscheinend dürfte aber noch nicht wirklich sein ne hier haben wir Resync Status 1% weil die werden jetzt erstmal komplett synchronisiert die sind noch nicht synchronisiert die müssen sich erstmal spiegeln komplett auch wenn keine Daten drauf sind aber es muss gemacht werden wir sehen wie viel wir Speicherplatz zur Verfügung haben und um den genauen Status zu sehen können wir mit dem Befehl Cut also Cut ist einfach nur ein man kann auch Nano verwenden außer den Editor aber man kann Cut einfach verwenden um einfach nur die Datei ausgeben zu lassen ohne sie zu editieren und das reicht uns aus und zwar Proc und dann MD Stat und dort sehen wir schön in einer kleinen Grafik dass wir schon 3,3% synchronisiert haben wenn ich das nochmal aufrufe werden wir 3,5% haben je nachdem wie groß die Platten sind geht das jetzt schneller oder langsamer aber nichtsdestotrotz während das synchronisiert sind wir jetzt noch nicht angehalten dazu nicht weitermachen zu dürfen denn wir können jetzt schon Dateien drauf ablegen auf diesem Raid geht aber noch nicht da das noch nicht eingehängt ist denn ja ein Linux arbeitet anders als Windows und zwar dort werden die Dateisysteme eingehängt das heißt wir hatten ja gerade vorhin diesen schönen Ordner dev und dann zum Beispiel sda1 das ist ja dieses auf unserem ersten USB Stick die erste Partition ja aber auf die kann ich noch nicht schreiben wenn ich sie einhänge dann kann ich schreiben ist jetzt ein bisschen schwierig machen wir es einfach so ihr müsst das einfach nur reinschreiben sonst funktioniert das nicht es ist ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht gehe ich da mal auf einem separaten Video drauf ein auf jeden Fall müssen wir mit sudo nano ja die die Einhänge Datei die fstab Datei bearbeiten damit die automatisch beim Neustart eingehängt wird die Datei liegt unter etc dort unter dem verzeichnis beziehungsweise die Datei fstab so die müsste theoretisch gleich aussehen wie bei mir wenn nicht auch nicht schlimm weil das kann sein dass da natürlich schon was eingetragen ist durch irgendwelche anderen Programme bei euch wir müssen auf jeden Fall in dieser Datei darauf achten dass unbedingt Tabs verwendet werden nicht Leerzeichen nicht zwei Tabs sondern wirklich immer nur ein Tab zwischen dem jeweiligen Eintrag den wir machen sonst kann er das nicht gescheit lesen die ist da ein bisschen empfindlich die Datei auf jeden Fall wollen wir jetzt dev und wichtig nicht die Platte selber sondern wir wollen das RAID einhängen also MD0 wenn man die 0 trifft dann unbedingt das Tab-Zeichen verwenden dann will er wissen wo möchten wir das einhängen wo soll das sein ich würde euch empfehlen das unter media einzuhängen und da erstellen wir einfach nachher noch den Ordner NAS ihr könnt es auch einfach nur media machen dann müsst ihr es als md0 einhängen aber ich würde es unter den Ordner NAS packen dann müssen wir sagen was das für ein Dateisystem ist und das ist das Dateisystem ext4 was wir vorher eingetragen haben das ist ein Linux Dateisystem hier einfach default eintragen die default man kann ja auch eintragen dass das Ding nicht automatisch eingehängt wird oder nur mit bestimmten Nutzern kann man genau spezifizieren brauchen wir jetzt aber nicht und hier einfach zweimal noch die 0 fertig dann reicht das mit X Steuerung X raus mit J bestätigen einmal Return drücken Datei geschrieben so jetzt müssen wir noch natürlich den Ordner erstellen sonst kann er das da gar nicht einhängen und zwar mit mkdir für makedir unter media den Ordner NAS erstellen und natürlich sudo davor packen fertig wollen wir das jetzt wenn wir das jetzt testen wollen ob diese dass wir das Raid da mal einhängen können können wir einfach den Befehl mount minus a ausführen das bedeutet er guckt jetzt in die Datei die wir jetzt gerade hier oben die Datei wo wir gerade bearbeitet haben und hängt jetzt alle Verzeichnisse ein sollte man auch als sudo machen ein bisschen ungewohnt irgendwas gefällt ihm noch nicht in dem ganzen Thema da muss ich nochmal kurz drüber gucken einen Moment so das Problem ist mir aufgefallen ja total einfach ich habe vergessen ein Dateisystem zu erstellen ohne Dateisystem kann ich das Ding nicht einhängen das heißt wir müssen noch einen Befehl ausführen bevor wir das jetzt alles durchführen können und zwar mit mkfs also makefilesystem minus t ext4 weil wenn wir ein ext4 Dateisystem haben dann können wir das nämlich auch verwenden das hat noch gefehlt md0 und das schicken wir ab davor natürlich noch sudo und das kann je nachdem wie groß die Sticks sind ein bisschen dauern aber nach ein paar Minuten ist das fertig beziehungsweise nicht mal nach ein paar Minuten so dann warten wir ganz kurz und dann sollte natürlich auch alles schon funktionieren und fertig ja dann sollte das jetzt auch mit mount minus a funktionieren wenn man es mit sudo abschickt und und fertig das heißt ich müsste jetzt mit nano media nas eine Datei ausstellen können test.txt dies ist ein test die speichern wir sudo rechte fehlen da hier noch nicht die berechtigung richtig abgelegt sind geht das noch nicht aber das werden wir in dem anderen video machen wir haben jetzt erstmal das komplette rate erstellt gespeichert fertig jetzt müsste ich unter alles die Datei also es gibt einen ordner lost and found und eine Datei test.txt hat somit alles funktioniert und wir können auch mal kurz noch gucken wie weit das ganze ding synchronisiert ist mit den befehl hatten wir ja gerade proc md stat und wir sehen 20 prozent also 20,5 also ein bisschen brauchen noch zurück eine stunde hat sie komplett synchronisiert kann natürlich länger dauern wenn ihr größere platten habt gut in dem fall hätten wir das rate erledigt nächsten video muss ich schauen entweder werden wir uns damit der verwaltung von dem ganzen mal angucken oder wir werden schon den samba server aufsetzen samba wird dazu benötigt damit wir das ganze ding hier im internet beziehungsweise in unserem netzwerk zu hause überhaupt erreichen können ich glaube das macht am meisten sinn das werden wir dann beim nächsten mal erledigen jetzt haben wir erst mal das rate erstellt und im nächsten video geht es weiter ciao und bis zum nächsten mal